Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel und Dungeon-Freunde zu The Fall of the Dungeon Guardians. Ja, wir sind auf Level 11, haben leider immer noch keine Map. Seitdem werde ich es noch nicht überladen. Und ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hin muss. Stimmt, wir haben einen Schlüssel. Oh, da geht es wieder nach oben. Hehe, ich musste gerade, ich hatte gerade Brain Lack. Weil hier ist das Gebiet, wo wir gegen, ja, gegen den letzten Boss gekämpft haben. Und ich glaube, hier geht es normal wieder nach oben. Aber hier will ich, glaube ich, nicht hin. Ne, hier ist Sackgasse. Gut. Hier war der Raum, in dem wir in der letzten Folge gegen die Vampir-Fledermaus gekämpft haben. Inisha habe ich geplündert gehabt. Hier ist es dunkel. Hier ist ein Raum mit Photon-Kanone. Hm, hier ist eine Druckplatte. Okay. Ah, ich verstehe. Okay, dann geht der da aus. Ja, machen wir erst mal das Rätsel mit dem Teleporter hier. Ja. Okay. Hm, Epic Loot. Der ist auf jeden Fall was für Selasta. Und der ist was für unseren Tank. Der Hagrim. Okay, damit haben wir das hier auch erledigt. Stellt sich jetzt noch die Frage, wo brauchen wir den Schlüssel für. Ah, für hier würde ich sagen. Ja. Hey, Mist. Hier waren wir doch schon mal, oder? Ja, hier war ich definitiv schon mal. Oder waren wir schon mal. Also wirklich hilfreich war das jetzt nicht, muss ich sagen. Naja, wir können nur gerade hier runterfallen. Und das hier führt zurück an den Anfang übrigens. Naja, toll, jetzt sind wir auch schon wieder hier. Ja, toll, so mache ich hier auf. Aber wie mache ich hier über mir zu? Hm. Na ja, jetzt habe ich hier aufgemacht. Autsch. Hier kann ich nur so zumachen. Mal eine Heilung einwerfen. Ob das jetzt so hilfreich war? Also ja, es ist eine Abkürzung. Ah, Momentchen mal. Das hier ist der wahre Weg. Hier habe ich zugemacht, aber da bin ich noch nicht runtergefallen. mal eine Heilung. Ah. Ah. Mal gucken, ob ich wieder zum Anfang komme. Das wäre ideal. Ja, fast. Hier müsste es zum Anfang zurückgehen. Ja, hier habe ich die Armbrust liegen gelassen. Genau, ich glaube, hier war ich noch nicht. Weil das ist jetzt da, wo wir drunter waren. Ja, hier waren wir definitiv noch nicht. Okay, es ist nur die Preisfrage, wie wir von hier aus weiterkommen. Ich meine, das öffnet das hier. Damit mache ich die Klappe hier hinten auf. Ja, wo ich gerade runtergefallen bin. Damit mache ich hier zu. Aber nicht da oben auf, oder? Gut, versuchen wir das noch einmal. Mit geschlossener Türe. Ja, jetzt bin ich wieder hier. Machen wir hier mal wieder auf. Könnte helfen. Oh, hier ist ein neuer Bereich. Okay, hier ist neu. Hi, Jungs. Okay, hier muss ich heilen. Feuerflucht kann ich ausweichen, indem ich einfach einen Schritt zurückgehe. Feueratmen leider nicht. So, das hat meinem Heiler gerade nicht sehr gut bekommen. Das sieht schon etwas besser aus. Hm, der wäre was für Serikal. Hat er nämlich eine Vorgängerversion davon. Sehr gut. Und wieder was, wo wir runterspringen müssen. Okay. Wobei ich jetzt hier die Idee habe, dass wir hier schon mal waren. Nein, waren wir nicht. Okay. Ah, das wird böse. Gut. Naja, zum Glück machen die Priester so im Nahkampf keinen wirklich verhängnisvollen Schaden. Außer bei unserer Heilerin. Okay, hier war ich also noch nicht. Keine Karte. Ach, ein paar Gnome, äh, Gnome-Heinis. So, das dürfte eigentlich schon fast reichen bei dem Paar. So. Oh, ne ganze Kompanie, Gnome-Krieger, die können nervig werden. Okay. 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 Okay, zwei sind schon weit down, das ist gut. Oh, und sie sind tot. Das hier jedoch kommt mir bekannt vor. Ja, hier haben wir vorher die Secret Passage aufgemacht. Da oben sind Soldaten, die uns hier unten abballern können, wenn sie uns bemerken. Wein, Essig, wer auch immer. Weinessig trinkt. So, wir haben die Tür wieder zu oder aufgemacht. Ne, hier waren wir schon. Das haben wir festgestellt. Ach, und hier waren wir ja auch. Hier sind wir hergekommen. Hier müssen wir lang. Ach du meine Güte. Das wird ungemütlich. Da verbrauchen wir dann wieder etwas mehr, mal nach. Machen wir denen die Hölle heiß. Ah, Mantel des Bären. Oh, wir haben sehr viel Schinken. Oh, und wir haben die am Hals. Oh, ich weiß. So, jetzt noch du. Sehr schön. Das ist wieder der ganze Truppe. Burgenschützen. Komm, die Feuer balle ich ein bisschen. Warum sich hier sicher heilen? Ah, das waren die hier, okay. Nicht ganz so wirklich. Hey, cool, das ist hier offen. Also irgendeinen Schalter werde ich wohl umgelegt haben, der hier aufgemacht hat. Hier geht's runter. Hier geht's in eine Kampfgruppe rein. Weil ich mich da auf die Bogenschützen konzentrieren sollte. Gut. den Knopf habe ich gesehen oh Gott sei Dank eine Karte okay wir sind hier